Wo kommen denn hier, da ist Luft Moin Moin, liebe Piraten und Landratten Heute fahren wir, machen wir einen kleinen Abstecher nach Dortmund Und eigentlich nur eine schöne Runde Wir haben nochmal 15 Grad Außentemperatur Das Wetter ist halbwegs annehmbar Die Sonne hat Schienen überwiegend Also es ist ganz okay Zumindest kein Regen und nicht richtig kalt Für Anfang Dezember vollkommen okay Da hat der Stromi beschlossen Ich drehe noch eine kleine Runde Aber wirklich nur durch die Dortmunder Außenbezirke Kleines Ründchen Dann will ich nochmal den Luftdruck kontrollieren Weil es kommt mir vor, als wäre zu wenig Luft auf den Reifen Und dann fahre ich noch zum Hengstallsee Und dann fahre ich noch die Käftchen trinken Und da haben wir mal wieder rote Ampel Da gibt es eine Warnlampe Ui, es wird grün Mein Sensor schaltet hier, mein Sender Grüne Ampelsensor hat wieder zugeschlagen Aber der Brunner ist schon wieder Rückstau von der Ampel an den Zugringern nach Dortmund Ab Mittags hat man da meistens Stau Das sind jetzt bestimmt 300 Meter oder so Das ist jetzt bestimmt 300 Meter oder so Das dauert, mein Sender, das war ja wo ich hin Bei uns noch immer ist es weiter nichts zu ändern Ein bisschen Bullerei, da noch jemand rauskommt Oh ne, hat geknallt Oh, jetzt wüssten wir aber mit Durchfall Aber in my vicious pain Und I'm not blind and trying I know I can keep away 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 Aber Ab Schlicit Auch egal Ja Ich habe zwar keine Lust zu darin im BMW eher abhängig Da übergeht haben wir uns hier die ganze Zeit die Guckung gehalten. Jetzt haben wir Führt. Meine Finger ein bisschen über dem Motor halten, Wärmen. Dann fahren wir nämlich gleich schon wieder zurück nach Hagen. Ich habe keine Lust heute nach Dortmund reinzufahren. Da ist mir einfach zu viel los. Das bringt es nicht. Da hast du mehr Ampeln und Stau und dann warten an der Ampel als alles andere. Nach dem Mercedes könntest du aber. Jetzt fahren wir hinten rum Richtung Linburg zurück. Dann fahren wir durch die Hagener City zu meiner Tankstelle. Wir haben diese neuen Geräte, wo du voreinstellen kannst, was für einen Luftdruck du haben willst. Da gehe ich eigentlich immerhin, wenn ich Luft nachfülle. Da ist es mir lieber als diese billigen Scheißdinger, die du nur so dran hältst und mit dem Finger regulieren kannst. Da drauf drücken, bis du den Luftdruck hast, den du haben möchtest. Das ist aber nichts genaues. Und gerade beim Motorrad habe ich doch, wenn ich schon mal nachfülle, dann auch relativ gerne den genauen Druck drin. Da vorne fahren wir links an der Ampel wieder. Tischlerei. Auch schön. aliber. So, ich will ein bisschen vom Gas gehen, auch wenn er vorne im Tunnel ist. Man hört den Sound aber schon. Jetzt wegen der Asch der so gefährlichen Baustelle ist wieder 30, das ist alles Spinnerei. Übervorsichtig vorritten Kacke in Deutschland. Da ist das Wege ineinander stolz. Tierpark. Ja, da kommen wir doch an einen eigenen Tierpark. Da war ich aber ehrlich gesagt auch nie drin. Ich weiß nicht, was da für Tiere sind. Wir fahren jetzt sowieso geradeaus weiter. Mh, Mh, Mh.. Mh was für ein Geburtshaus und mal wieder über die Deutsche Alleenstraße Glendschutz runter gemacht Tiefstehende Sommer-Winter-Sonne Sommersonne, also strömig was dröbes sogar Blendet aus hier im Fall weil es so tief steht ja 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 aber leider ist das mal so und sorry, ich fahre also überwiegend den zweiten Gang weil Treller gibt der Versterniger waren meistens 40 und 50 Maximum aber es geht halt nicht anders sollt ihr eine WKW reinfahren oder einen anderen Pkw ja, lassen wir doch mal rein ne 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 ich finde das Rho Tampu Rho Rho Oh, nein. Oh, wie ist die Tanker? wir fahren da jetzt mal rein, was ist das Problem, dass wir nicht nachfüllen da vorne hier sind da Schaubsauger das Diesel Schaubsauger Elektrofahrzeuge Willkommen Daniel, da ist Luft da ist die Station für Luft ist die Station für Luft